How are you? How are you? How has your day been? How has your week been? How are you feeling? How is your mental state? Are you eating properly? Are you happy? Willkommen bei Danke Gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Ich bin Miriam Babutwandi und ich habe mir vorgenommen, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Denn die meisten von uns kennen es ja aus dem Alltag. Jemand fragt, wie geht es dir eigentlich? Und man antwortet nur mit Danke Gut, obwohl es selten so gemeint ist. Deshalb treffe ich mich jeden zweiten Donnerstag hier bei Cosmo mit den unterschiedlichsten Menschen und wir führen ehrliche Gespräche über alles, was irgendwie mit der Psyche zu tun hat. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Danke Gut. Danke Gut hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In der heutigen Folge spreche ich mit Paula Hartmann. Paula Hartmann ist Schauspielerin und Sängerin und stand schon früh in der Öffentlichkeit. Emotional düstere Phasen kennt sie schon seit sie zwölf ist. Wir sprechen in dieser Folge darüber, warum sie zwar depressive Gefühle hat, aber ungern den Begriff verwendet. Und es geht um ihre Essstörung, die sie mittlerweile überwunden hat. Außerdem reden wir über People Pleasing, also weil man anderen ständig alles recht machen möchte, damit sie zufrieden sind. Wir finden heraus, woher das Bedürfnis nach People Pleasing kommt und warum das eigentlich eine total egoistische Sache ist. Paula, wie geht's dir heute? Ganz gut. Das ist gerade viel, aber ich fühle mich deutlich mehr in der Lage dazu als letztes Jahr. Vielleicht als Kontext, wir wollten das ja schon mal letztes Jahr machen, haben es dann aber nicht gemacht. Inwiefern fühlst du dich jetzt mehr in der Lage dazu? Mir geht's gerade besser und ich glaube, da spielen mehrere Dinge rein. Zum einen, dass man Sachen, wenn man sie nicht zum ersten Mal macht, auch besser einschätzen kann. Einfach nicht so kalt erwischen. Aber weil es mir grundsätzlich besser geht, ich auch irgendwie mehr Überblick habe und ich mich einfach stärker fühle. Wie geht's dir? Ganz okay. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber geredet. Es ist absolut nicht die Zeit, für jemanden mit Schlafstörungen einen Podcast aufzunehmen. Wir haben gerade zehn Uhr morgens. Aber eigentlich geht's mir ganz gut, weil ich habe heute Nacht tatsächlich so richtig klischeehaft, the most danke, good thing ever gemacht. Ich habe Therapieplätze gesucht. Stark. Also eigentlich bin ich voll stolz, ich habe das seit Monaten nicht hinbekommen. Ich habe zehn Mails rausgeschickt. Krass, ne? Das ist wirklich krass. Ja, mir geht's sonst ganz okay-isch. Ich habe auch vorher noch überlegt, woher wir uns eigentlich vorher kannten, weil ich erzähle immer ganz gern so Anekdoten am Anfang, wie man sich kennengelernt hat oder wie es überhaupt dazu kam. Und bei dir gibt es eigentlich voll viele cute Geschichten, aber ich habe mir ausgesucht, ich erzähle einfach die most random Geschichte, die komplett sinnlos ist. Jetzt bin ich auch gespannt. Und du hast mal mein Fred-Again-Ticket geklaut, mehr oder weniger. Oh no. Oh no. Und zwar war das damals voll schwer, da irgendwie noch an die Tickets zu kommen. Und wir hatten schon die ganze Zeit bei Hati gefragt und schon echt wochenlang ihn bearbeitet. So, hey bitte, das muss klappen. Vor allem, weil es auch so quasi ein erstes Date sein sollte, dieses Konzert. Und dann dachte ich so, ja das klappt schon, das klappt schon, das klappt schon. Und einen Tag vorher so, sorry, ich gehe mit Paula Hartmann. Und ich war so, boah. Es tut mir so leid. For the record, ich habe nicht gefragt, ich wurde gefragt. Ja, ich war auch so, du Kleiner. Aber es macht ja auch Sinn, weil wir hätten sonst zwei gebraucht. Aber es tut mir sehr, sehr leid. Wenn es dir ein bisschen leichter macht. Ich habe zu dem Zeitpunkt Album gemacht und weil bis zum Risikopatient ist, niemanden gesehen. Und das war mein einziger Ausgang mit Maske, dieses Konzert, weil ich da so gerne durfte. Und dann habe ich meine anderthalb Stunden da mit FFP2 gechillt am Rand. Aber ich hatte es ganz toll und habe ganz viel geweint. Das war eine Zeit lang mein emotionalstes Album, also das Rote. Ja. Deswegen fühle ich, wenn man da nicht hin, okay, das tut mir leid. Nein, das ist nicht deine Schuld. Es ist deine Schuld, falls du jetzt diesen Podcast hören solltest. Ich habe es verkraftet. Wir gehen einfach beim nächsten Mal zusammen hin. Ja, das ist fair. Okay. Das ist fair. Wir fangen ja, wie du weißt, eigentlich bei Kindheit an. Aber ich dachte, weil du das gerade eigentlich schon angesprochen hast, dass es ja letztes Jahr nicht so gut ging. Können wir vielleicht mal darauf eingehen, was da eigentlich war? Gott weiß. Ich habe diese Zeiten schon, seitdem ich so zwölf bin ungefähr. Also das ist zumindest die aktivste Zeit, an die ich mich noch erinnern kann, als ich das hatte. Ich habe mich eigentlich so seit 15, 16 so ein bisschen so gefühlt, als hätte ich das so im Griff, was ja ein bisschen Quatsch ist. Und auch für mich, glaube ich, ein Vorschub, weil ich damals mal eine Therapie versucht hatte, die nicht so richtig funktioniert hat für mich. Und einfach die Überwindung, sich Hilfe zu suchen, so huge ist, beziehungsweise, also deswegen hast du full meinen Respekt, dass du das heute Nacht gemacht hast. Weil ich habe bis heute das noch nicht geschafft, selber zu machen. Und ich hätte auch keinen Therapieplatz, wenn Bistra mir nicht geholfen hätte und das für mich gemacht hätte und sich mit mir hingesetzt hätte. Aber man dachte, ich hatte so ein bisschen mäßig, dass es nur so kürzere Phasen sind und auch nicht ganz so doll. Und ich glaube aber, dieses Alleine-Wohnen in Hamburg hat dem nochmal einen sehr großen Nährwohnen gegeben, mit dann extrem viel Arbeit. Und letztes Jahr war einfach ein Höhepunkt davon und einfach eine sehr, sehr lange Zeit so. Deswegen habe ich mir auch dann Hilfe geholt, beziehungsweise mir wurde Hilfe geholt. Das so dazu, warum ich das habe, weiß ich nicht, aber it's there. Also ich persönlich finde es nicht ungewöhnlich, dass es so früh anfing, weil same. Aber ich glaube, so gesamtgesellschaftlich denkt man ja schon, dass es eher sowas ist, was, keine Ahnung, also generell diese Gefühle zu haben, dass es Menschen ab so 20, 30, wenn überhaupt, betrifft. Kannst du dich da nochmal so ein bisschen nicht einversetzen, wie das war, so gerade mit zwölf? Ich glaube, das ist ja auch so ein Alter, wo man solche Gefühle auch noch gar nicht einordnen kann. Voll. Also das ist absolut nur rückblickend, dass ich das so einordnen kann. Ich habe auch lange Zeit meines Lebens einfach gedacht, dass ich wehleidig und nervig mit mir selber bin und so mich selber gegessenheitet eigentlich, dass das nicht echt ist, was ich fühle und so. Und auch wirklich so Lösungen in allem gesucht. Also so Wunder irgendwo versucht zu finden. Mit zwölf habe ich das sehr doll in Erinnerung, weil ich da, da ist eine Sache passiert. Also da habe ich eine Sache gemacht, die ich jetzt öffentlich ungerne ausführen würde, aber die schon sehr doll in dieses Bild passt. Und einfach dieses generelle Gefühl, dass man nicht richtig Bezug zu Gefühlen aufbaut und nicht richtig Dinge verarbeitet oder wahrnimmt, habe ich da ganz doll gehabt. Aber auch eine absolute Überforderung, das nicht einordnen zu können, mit niemandem darüber sprechen zu können. Später so mit 14, 15 habe ich angefangen, mit meinem Vater darüber zu sprechen. Das war auf jeden Fall eine Hilfe und das hat mich auch lange gecarried ohne Therapie oder also mir geholfen. Aber ja, das ist da, warum ich zwölf so doll in Erinnerung habe. Kann auch sein, dass es vorher das gab vielleicht. Ich weiß auf jeden Fall von einer Freundin, dass sowas bei ihr auch schon in der Kindheit war und so. Aber da habe ich keine Erinnerung dran. Ich habe ohnehin ein bisschen das Gefühl, dass ich wenig Erinnerung an meine Kindheit habe. Deswegen, I don't know, falls es da auch mal war. Ja, also ich weiß nicht, woran es bei dir liegt, aber es ist ja auch tatsächlich ein Symptom von diversen Dingen, wenn man ja nicht so viele Erinnerungen hat. Also ich habe das auch total, dass ich so komplette Phasen meines Lebens, die teilweise über Jahre gehen, einfach ich weiß nichts mehr. Deswegen ist mir auch immer so wichtig, Leute so richtig nostalgisch immer zu nerven. Und auch meine arme Mom muss sich einmal am Tag anhören. Ja, wie war ich da mit fünf? Und was habe ich dann gemacht? Und warum war ich noch mal so traurig mit sieben? Und ja, also dass man so ganz krass auch abhängig wird von den Erinnerungen anderer, wenn man selber keine mehr hat. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die irgendwie viele machen, die psychisch schon früh einen kleinen Knacks mitnehmen. Voll. Das ist aber spannend. Das motiviert mich, das auch mal mehr nachzufragen. Weil ich habe das Gefühl, ich wäre einfach so, okay, clean slate, weiter geht's. Was machen wir ab jetzt? Aber das ist spannend. Ich habe gar nicht, oder von intrinsisch nicht den Drang gehabt, so dem weiter nachzugehen. Weil ich aber auch manchmal das Gefühl habe, eine fremde Erinnerung wäre gar nicht echt. Ja. Also, oder würde sich nicht decken, mit wie das für mich war. Weil manchmal sagen Leute so Sachen und sind so, und da hast du doch dich so und so gefühlt. Und da hat man dann so eine Erinnerung, jetzt nicht aus der Kindheit, aber so vor einer Weile. Und so, nein, das war ganz anders. Also so, dieses Gefühl, was du mir für eine Situation zuschreibst, hatte ich gar nicht. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht mal, ob ich trusten würde. Ja. Wenn mir jemand was über meine Kindheitsgefühle erzählen würde. Ich glaube, ich hätte viele mehr Gedanken. Woher willst du das wissen? Aber trotzdem spannend. Ich werde dem nachgehen und berichten. Macht aus. Sag Bescheid. Folge zwei incoming. Maybe. Nee, also, ja, ich finde es auch voll schwer, da auch so diese Verantwortung abzugeben. Und, also, ich finde es auch tricky. Aber manchmal, wenn ich es geflippt, da ist einfach so eine Riesenlücke und ich weiß nicht mal mehr, was ich getan habe. Das ist manchmal ganz hilfreich. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Also, mir geht das auch so. Den Gefühlen, einer anderen Person da zu trauen, ist halt einfach schwierig. Aber vielleicht kannst du nochmal irgendwie beschreiben, wie du dich da genau gefühlt hast. Also, was ging da konkret in dir vor, dass du gemerkt hast, okay, irgendwie geht es mir nicht so gut. Und ich kann vielleicht gerade nicht so normal sein, in Anführungszeichen, oder weitermachen wie sonst. Bei mir gibt es so ein paar Faktoren, an denen ich es sehr objektiv inzwischen bemessen kann. Das eine habe ich mich lange nicht getraut zu sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Duschen? Ja, duschen. Die Überwindung zu duschen. Ja. Das ist so doll. Also, früher noch krasser gewesen, aber so, ich muss eigentlich, wenn ich richtig aus dem Haus gehe, dusche ich so. Aber am Tag wie heute war ich auf, gehe duschen und fahre dann halt los. Aber wäre jetzt heute 16 Uhr dieses Treffen gewesen und mir ging es schlecht, dann könnte ich ja einfach, wenn ich aufstehe, duschen und dann halt losfahren irgendwann. Aber es wäre ab dem Moment, wo ich wach wäre, bis, keine Ahnung, 15 Uhr, wo ich los muss, ein Battle. So, ob ich, also, dass ich das schaffe. Meistens packe ich es aber so, wie schwer mir das fällt. Das ist etwas, woran ich das, selbst wenn ich es nicht so ganz emotional begriffen habe, schon sehr gut messen kann. Und dann, das habe ich jetzt erst richtig gecheckt, so in Hamburg, also ich habe da alleine gewohnt in so einem kleinen Studentenzimmer, ich habe mich da so eingeschanzt teilweise. Also so, und ich glaube, dass das nach außen hin auch schwer so zu erkennen ist bei jemandem wie mir, der die ganze Zeit noch weiter arbeitet und so für die Überlebenss-Sachen oder generell Job mich immer quälen kann. Aber so Alltagsaufgaben, bin ich wirklich komplett hilflos und brauchte teilweise so eine Freundin oder einen Freund, die mich einfach mal zwingen, in drei Wochen einmal rauszugehen, Spaziergang zu machen. Einkaufen gehen, habe ich in vier Jahren, ich glaube, 14 Mal gemacht oder so. Generell Kochen oder so, normale Dinge einfach im Alltag. Voll, absolut schwierig. Generell auch Bewegung, das musste ich erst wieder richtig anfangen. In einer Zeit, wo es mir besser ging. Aber ja, also so, daran kann ich das gut bemessen. Nach objektiven Kriterien, wenn ich so Sachen nicht schaffe oder wenn mich das wahnsinnig viel kostet, so Kleinigkeiten oder auch Überforderung. Also wenn ich dann einen Kalender angucke und weinen muss, das habe ich aktuell nicht. Wenn das wieder anfängt, weiß ich schon, oh, irgendwas ist gerade auf. Und schlafen. Dass ich in jeder Situation, selbst wenn man weiß, man müsste gerade irgendwas schaffen oder so, dann lieber nochmal schlafen. Und dass ich auch so ganz, ganz wenig, also so freiwillige Sachen sehr schlecht schaffe, Freunde treffen und sowas. Daran kann ich das in dem Moment teilweise bemessen. Aber hinterher, also ich glaube, diese vier Jahre Hamburg, ich weiß gar nicht, wie mir das in der Zeit nicht aufgefallen ist. Also so, dass mir manche Sachen schwer fielen. Ich glaube, auch wenn man es nach außen hin vielleicht nicht eingestehen will. Und ja, wie gesagt, wenn man sonst irgendwie so objektive Sachen nach außen ein bisschen gut in den Griff kriegt, checken das vielleicht auch nicht die Leute um einen rum so gut. Aber das war eigentlich schon sehr doll. Ja. Man, Arbeit ist ja auch irgendwie so ein allgegenwärtiges Thema, wo die meisten Menschen ja von morgens bis nachts sind, leider. Und ich glaube schon, dass gesellschaftlich ja krass dieses Bild haben von solange jemand auf Arbeit funktioniert, passt das ja schon irgendwie. Ich muss auch sagen, dass da Kurt Krömer für mich ein bisschen Eye-Opening war, als so um die Buchveröffentlichung rum die ersten Interviews kamen. Weil ich so war, ja krass, der konnte das auch noch alles. Und also dir kann es schon trotzdem schlecht gehen. Also ich kann den Clown auf der Bühne spielen und hier meine Töne singen und da irgendwas Tolles machen. Und wenn ich runtergehe, kann ich mich trotzdem beschissen fühlen. Also dass du das so anschalten kannst, das war auch so ein Prozess. Also mir hat es wahnsinnig gut getan, das von ihm zu hören. Für meine eigene Einordnung so, ah okay, ich muss nicht erst auch noch das nicht mehr schaffen, bis ich mir eingestehen darf, dass es mir vielleicht nicht gut geht. Aber damit einhergehend hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass du irgendwie immer das Gefühl hast, du musst irgendwas tun. Also du kannst nicht einfach chillen. Denkst du, das ist eher so Symptom von dem Ganzen, eher so Ursache? Also hast du das Gefühl, du musst dich beschäftigt halten, damit du zum Beispiel nicht von den ganzen Gefühlen überwältigt wirst? Oder woher kommt dieses ständig irgendwie was tun müssen? Vor allem, du arbeitest ja auch schon seit du klein bist, ne? Ja, inzwischen seit 16 Jahren, bald 17. Ich glaube, also wenn ich wenig tue, hat mein Kopf zu viel Platz. Also ich habe jetzt so in den letzten anderthalb Jahren total gelernt, alleine zu sein und auch so friedliche Gedanken zuzulassen und so einfach Ruhe zu haben. Aber so auf eine längere Strecke könnte ich das glaube ich nicht, weil es ist keine stabile These, die ich jetzt aufstelle. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man diese Episoden hat und in denen alles hoffnungslos ist und auch die ganze Welt um einen rum und man so kein Bock hat und so hoffnungslos, ich finde kein besseres Wort ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass das etwas ist, was ich auch habe, wenn es mir gut geht. Eine gewisse Welthoffnungslosigkeit und Frust, ob das Themen in meinem Umfeld, Dynamiken oder Politik oder Sonstiges ist, dass das so ein Charakterzug irgendwie ist, wenn man diese Phasen hat. Kann auch sein, dass es anderen Leuten anders geht, aber bei mir empfinde ich das so. Und ich habe Angst, wenn ich zu viel Raum gebe, dass ich mich da noch aktiver reinstürze. Und dann mache ich lieber irgendwas, um irgendeine Form von Wirksamkeit zu spüren. Daher kommt das glaube ich auch. Aber wie hält man dann irgendwie Balance zwischen, du sagst, du heulst, wenn du den vollen Terminkalender siehst und zwischen, eigentlich willst du das ja, um halt nicht deinem Kopf so viel Raum zu geben? Wenn ich das weiß, sage ich es dir. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe ja auch der beste Beweis dafür, dass ich die Balance nicht richtig treffe immer oder selten eigentlich. Momentan fühlt es sich so an, als würde ich einfach hart arbeiten. Also es entspricht auch schon meinem Wunsch, hart zu arbeiten und nicht einfach nichts zu tun so. Aber aktuell habe ich das Gefühl, dass ich durch den Aufprall letztes Jahr noch ein bisschen selbstermächtigender Nein sagen kann, ohne dass ich dafür am Endpunkt stehen muss. Auch schon früher gerade sagen kann, nee, in der Woche, ich glaube, das ist einer zu viel. Aber ich weiß auch, dass dieser Punkt auch wieder kippen wird, wenn ich irgendwas machen muss, wo ich denke, es muss jetzt sein. Dann überschreite ich schon auch gerne meine Grenze. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann lerne. Vielleicht, hoffentlich, keine Ahnung. Aber aktuell kann ich dir noch nichts über die richtige Balance sagen, keine Ahnung. Und so Sachen wie zum Beispiel, dass du weiterhin, du studierst weiterhin, oder? Also ich bin jetzt eigentlich quasi durch, aber würde gerne noch ein bisschen weitermachen. Also ich habe jetzt den Bachelor, aber wer sich mit Jura auskennt, weiß, dass man da eigentlich Examen braucht und so. Eigentlich bin ich froh, dass ich das jetzt gepackt habe. Aber ich habe dieses Jahr, also nee, sorry, wir sind ja schon im Neuen, 2023, habe ich gemerkt, dass mir das voll gut getan hat irgendwie. Weil ich hatte einen Monat, wo ich Bachelorarbeit schreiben musste, wo ich keine Termine hatte. Und einen Monat für so eine Abschlussprüfung, beides Dinge, durch die ich das Jahr davor durchgefallen bin, und es mein letzter Versuch war. Deswegen musste ich auch wirklich mich darauf konzentrieren. Ich habe das voll genossen. Ich habe auch richtig gefeiert, dass das so stumpf war, dass ich keine Entscheidungen treffen musste. Also bei unserer Bachelorarbeit wird uns auch ein Thema vorgegeben und so. Und einfach hier, mach das jetzt, fertig und beschäftige dich jetzt damit. Oder auch so Themen für eine Klausur, die kann ich mir ja nicht aussuchen. Und ich muss da auch nicht drüber nachdenken, was für eine Wirkung das weiterhin hat. Und bei Musik sind mir manchmal einfach viel zu viele Entscheidungen. Und ich will sie auch nicht abgeben, weil ich am Ende dahinter stehe. Aber ich entscheide mich schon eigentlich sehr ungerne. Und deswegen habe ich diese Zeit eigentlich voll genossen, so was zu machen und auch was zu lernen. Selbst wenn es mich vielleicht erst mal gar nicht interessiert, aber so irgendwie mochte ich das. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich weiß jetzt nicht, ob es im Rahmen des Studiums weiterhin wird. Ich will es probieren, wenn ich merke, es geht nicht, dann nicht. Aber mich zumindest immer mal wieder mit irgendwas anderem zu beschäftigen, dass ich schon glaube, dass mir das gut tut. Und auch mir eine Leichtigkeit wiederum für Musik gibt. Also das habe ich letztes Jahr sehr gemerkt, dass das eine zu haben, das andere leichter gemacht hat. In beiden Fällen. Sowohl, dass ich dieses Studium nicht so auf Druck hatte wie viele andere Leute, als auch zwischendurch was anderes zu haben. Selbst wenn ich mich nicht da sehe beruflich oder so. Ich habe letztes Jahr schon viel darüber nachgedacht, mit Musik aufzuhören. Und da einfach irgendwas zu haben, an das man sich erst mal halten kann im Kopf, hat mir schon gut getan. Ja, deswegen mal sehen. Keine Ahnung, wie es da weitergeht. Also jetzt kannst du es ja so kollegermäßig in deine Musik einfließen lassen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Jura, Rap. Ich weiß nicht. Dafür weiß ich nicht genug. Ich habe es immer nur, diese beiden Sachen, die ich letztes Jahr gemacht habe, waren die ersten Sachen, für die ich mehr als eine Nacht gemacht habe. Und das kann ich nur empfehlen, weil ich hatte so einen normalen Rhythmus. Ich war so neidisch vier Jahre lang auf alle, die am Klausurtag morgens aufstehen können, Zähne putzen, duschen, vielleicht noch was frühstücken, dann zur Klausur kommen. Ich, die wirklich so 19 Uhr angefangen hat und so bis 8 Uhr noch da am Schreibtisch sitzt und dann 9 Uhr Klausur schreibt. Das habe ich sehr genossen, das nicht so zu machen. Aber weil ich das vier Jahre so gemacht habe, glaube ich, so richtig inhaltlich kann ich echt gar nichts einfließen lassen, textlich. Außer so Sachen, die man vielleicht in so einem eine Woche Crashkurs lernt oder so allgemeines Wissen sind. Und selbst da bin ich mir nicht sicher bei den Sachen. Ja, ich glaube, meine Jura-Zeilen-Error wird wahrscheinlich nicht kommen. Vielleicht wäre das so Mietrecht oder so. Mietrecht-Rap. Das hat man ja nicht in dem Grundstudium. Ich wünschte, ich hätte das. Wenn du das weitermachst irgendwann, who knows. Ich spezialisiere mich auf Mietrecht. Auf Mietrecht-Rap, bitte. Wäre aber spannend. Ja. Mal gucken, wie viele Hörer das finden würden. Ja, ich fühle voll, was du sagst, weil auch wenn ich jetzt keine Musik mache, kenne ich das ja trotzdem, es ist kreativ irgendwie zu arbeiten und die Kombi mit kreativer Arbeit plus irgendwie psychisch nicht so geil drauf zu sein und diese Sehnsucht nach Normalität. Weil ich glaube, also alle, die den Podcast hören, wissen, so mein Studium ist mein Roman Empire, so gefühlt, weil ich es nie beendet habe. Und was hast du studiert? Ich habe Medien und Kommunikation und Politikwissenschaft studiert. Oh krass. Und war eigentlich auch schon ziemlich weit, aber habe es dann irgendwann gelassen, weil ich einfach, es hat sich Jahre gezogen und es hat so auch wirklich meine schlimmsten Seiten immer so hochgeholt. I don't know, ich habe tatsächlich auf dem Weg hierhin noch eine Sprachnachricht an eine Freundin gemacht, wo es genau darum ging, wie sehr ich mir diese Normalität manchmal wünsche in Bezug auf alles, also wirklich in Bezug eben auf so dieses, ich wünschte, ich könnte einfach aufstehen, meine Routinen haben und das einfach machen wie andere und nicht eben bis fünf Uhr nachts wach sein und sad sein und dadurch nichts hinkriegen und dann aber wiederum für die Arbeit funktionieren und dann wiederum ein Studium vernachlässigen. Und ich träume da wirklich so einmal die Woche mindestens davon, wie ich so richtig dieses Standardstudentenleben einfach mal hätte, so mit diesem, man chillt in der Bib, man macht seine Sachen und das ist natürlich auch alles super stressig und so, aber man hat halt dann nur das und auch so dieses normale Funktionieren. Ich weiß natürlich, es geht auch anderen Studis mal kacke und so, aber so dieses, sagen wir mal, neurotypische Verhalten von, man kriegt das einigermaßen hin ohne so mein ADHS-Verhalten von last minute immer alles, also dieses Übertrieben, ich glaube, das verstehen dann viele Leute nicht, das ist nicht dieses klassische, hey, keiner hat Bock, sich einen Monat vorher vorzubereiten, sondern wirklich dieses, es geht gar nicht anders, außer jemand setzt dir eine Pistole auf die Brust. Und es so in zehn Stunden musst du das wissen. Ja, genau. Und ich wünsche mir das manchmal auch so sehr, also in Bezug auf alles, also ich finde, das zieht sich in alle Lebensbereiche, also in meiner Sprache ging es tatsächlich um so Thema so Partnerschaften und Dating und so. Ich finde, sogar da zieht sich das irgendwie rüber. Und dass man einfach dieses, ja, nicht dieser Weirdo immer sein will, der so einen ganz anderen Tagesablauf, Lebensablauf hat, sondern so Normalität ist schon was ganz Geiles manchmal. Voll. Und ich glaube, keine Ahnung, ich kann es nicht ganz sagen, aber ich denke manchmal, dass ich in dieser Normalität wahrscheinlich dann mich voll nach was anderem sehen würde. Aber wenn diese Normalität in Phasen halt übelst unerreichbar ist, bin ich so, also ich gönne es auch allen anderen, aber ich bin so neidisch auch. Und ich hätte, ja, ich verstehe sehr doll den Wunsch auf alle Aspekte, die du gerade genannt hast. Aber trotz allem, also was du beschreibst, klingt, würde ich jetzt mal behaupten, sehr depressiv, aber trotzdem möchtest du das Wort nicht wirklich verwenden. Warum ist das so? Ist es aus der Angst, vielleicht dem Wort nicht gerecht zu werden, weil es dann ja offiziell eine Diagnose gab? Ist es vielleicht so eine People-Pleaser-Tendenz, wo wir gleich auch noch dazu kommen? Was denkst du, warum hast du so Probleme mit diesem Begriff? Mit dem Begriff an sich habe ich überhaupt kein Problem. Und ich finde es auch richtig gut, dass es viele Leute gibt, die diesen Begriff und diese Diagnose entstigmatisieren und mit ihrer Persönlichkeit dafür stehen und aufklären oder einfach nur Leuten zeigen, ich habe das auch. Und das ist super wichtig. Ich weiß aber in der Zeit, in der ich undiagnostiziert durch die Welt gelaufen bin, dass ich immer dachte, ich habe keine, also wie ich ja vorhin meinte, so mich selber gegessert habe, dass ich mich nur anstelle, dass ich mich gar nicht so fühlen darf. Ich habe keine Depression. Was ist mit dir so? Und dass es mir total geholfen hat, dass es Persönlichkeiten gab, auch in meinem nahen Umfeld und aber auch Vorbilder, die einfach darüber gesprochen haben, dass es ihnen schlecht geht und so, wie ich hier heute gesagt habe, mir fällt Duschen schwer, mir fällt das schwer und so. Und ohne, dass da eine Diagnose hinterstand, ich mich mit ihnen identifizieren durfte und und das Gefühl hatte, okay, ich darf mich auch so fühlen und das ist legit und dass mir das früher eine Zeit lang echt, ich auch die ganze Zeit, dass mir das früher die ganz, ganz viel Kraft irgendwie gegeben hat und ich deshalb ein bisschen vorsichtig bin. Vielleicht werde ich irgendwann öffentlich über Diagnosen sprechen, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch noch mehr kommen könnten und dann, ich weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich noch nicht mal ansatzweise so ein Viertel erkundet habe und mich so gefragt habe, ohne dass das jetzt mein Lebensinhalt werden muss oder so, aber dass ich schon das Gefühl habe, ich will mich noch besser verstehen und besser über Dinge nachgedacht haben, bevor ich öffentlich darüber spreche und deswegen fühle ich mich aktuell einfach wohler, ehrlich darüber zu sein, wie es mir geht oder wie sich Dinge anfühlen und vielleicht kann ich damit auch jemanden mitnehmen und ein Gefühl haben mit den von, es ist okay, sich so zu fühlen und es ist nicht deine Schuld, ohne dass da ein Wort dazustehen muss. Ja, wie wir auch schon vorher mal gesagt haben, so man kann ja auch, glaube ich, sogar viel leichter mit einem Gefühl irgendwie relaten als mit wirklich so einer Diagnose oder so einem großen Begriff und das ist ja auch voll okay, muss man ja auch nicht alles super klinisch angehen, aber hast du trotzdem irgendwie so einen anderen Begriff dafür oder irgendeine Art und Weise, das zum Schreiben, also zum Beispiel, wenn du dich deinen Freunden mitteilen willst, also zum Beispiel wir, also ich mit meinen Friends, wir unterhalten uns auch nicht so super klinisch darüber, zumal eben auch da, manche sind diagnostiziert, manche nicht, aber um sich irgendwie so mitzuteilen, haben wir halt auch so unsere Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel wir sagen immer, wir haben Dachi oder wir sind Gugu Gaga, einfach um auch so ein bisschen das zu entlasten für uns selbst, weil es ist ja auch immer voll anstrengend, sich immer über diese ganzen schweren, tiefen Gefühle zu unterhalten und ich finde es auch ganz geil zu sagen, hey, ich kann mich gerade nicht melden, ich bin mal wieder Gugu Gaga die letzten zwei Wochen gewesen, also hast du vielleicht irgendwie was anderes, um so dieses Gefühl zum Schreiben? Voll, ich bin aber auch in meinem privaten Umfeld rede ich auch nochmal anders darüber und benutze auch Begriffe, die ich öffentlich nicht benutze, aber ich habe auf jeden Fall auch meine Code-Wörter, eins davon hast du heute schon benutzt, ein Knacks haben, meine Phasen haben, Episoden, solche Sachen, so kreativ wie Dachi und Gugu Gaga war ich jetzt noch nicht. Was ich schade finde, wo du es gerade erwähnt hast. Wir schenken euch die Begriffe, wir dürfen sie gerne verwenden. Ja, ich überlege auch schon. Mir hat eine Freundin jetzt gestern eine Nachricht geschrieben, dass sie leid tut, dass sie sich nicht melden kann. Das, was für mich duschen ist, ist für sie melden und so sie hat in solchen Phasen das. Deswegen hat man dann noch so Übersetzungen mit seinen eigenen Storys. Aber ich werde mir jetzt tiefer greifend Gedanken machen über coolere Begriffe. Sag Bescheid, wenn du noch mehr brauchst. Inspiration. Ja, bitte. Wir haben einige noch. Okay, aber nochmal um zurückzukommen zu letztem Jahr, wo wir eben ja auch schon mal kurz gesprochen hatten. Was war da genau, dass es so nochmal so ein Wendepunkt irgendwie auch war für dich, psychisch? Psychisch. Also meinst du, dass es besser wurde oder schlechter? Erstmal schlechter und dann besser. Okay. Wie kam es zur Verschlechterung und wie kam es dann zur Verbesserung? Wie es zur Verschlechterung kam, das war sehr schleichend, bis es irgendwann so groß war einfach, dass ich nicht mehr so, ha, alles gut, weiter geht's. Also weil es einfach nicht mehr weiter ging. Deswegen so, wo der Wendepunkt war, keine Ahnung. Ich glaube, das hat sich so vier Jahre lang auf so einem Mittelgrad aufgebaut und letztes Jahr dann einfach so in die Höhe geschossen, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte. Einfach auch, weil es mich sonst irgendwie nicht mehr geben würde, so wenn ich es weiter ignoriert hätte oder nicht hingenommen hätte. Ich glaube, worüber ich mir schon Gedanken gemacht habe, auch wenn ich weiß, dass das nicht akut etwas unbedingt auslösen muss und das kein Maßstab ist, an den man zwangsläufig solche Phasen knüpfen kann, glaube ich schon, dass es nicht so gut war, dass ich so sechs, sieben Monate am Stück, sieben Tage die Woche gearbeitet habe, weil wir halt Album wirklich Montag bis Sonntag gemacht haben. Das weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Oder sagen wir so, aktuell weiß ich, dass ich es nicht nochmal machen würde. Ich kann nicht garantieren, dass ich auch da wieder denke, doch jetzt alles geben und so. Aber sieben Tage die Woche und dann halt relativ isoliert sein. Ja, das glaube ich, hat dem nochmal so einen guten Schubser gegeben oder zumindest einen guten Nährboden, unter dem das weiter wachsen konnte. Gerade auch noch mit dem Druck und das, was ich mache, ist ja ultra persönlich einfach und man weiß nie, ob es genug war. Man hat auch selber, gibt man sich nie die Gnade, dass es genug war. Und das zu machen, sieben Tage die Woche, dann die erste Phase auch nichts aufnehmen, gar nichts, sondern einfach nur den ganzen Tag schreiben, arbeiten und so lange am Stück das Gefühl haben, du hast nichts geschafft. Ich glaube, das war auch nochmal sehr begünstigend für alles. Ich habe auch neulich mit einem befreundeten Musiker darüber gesprochen, der gerade auch in dieser Phase steckt und mich gefragt hat, ob ich mich mit diesen Erfahrungen identifizieren kann. Auf jeden Fall dieses jeden Tag nach Hause gehen und das Gefühl haben, du hast versagt heute. Und das zu lange am Stück denken, du hast etwas nicht geschafft, glaube ich, ist auch nochmal ein super Katalysator dafür. Wie kam es dann im Endeffekt dazu, dass zum Beispiel so jemand wie Bisram dir geholfen hat bei der Therapie? Also hat sich das dann wirklich auch beim Musikmachen irgendwann geäußert? Da ich ja, wie gesagt, sieben Tage die Woche gearbeitet habe, hat er mich auch jeden Tag gesehen und es wurde einfach immer schlimmer. Man merkt es ja schon irgendwann an Aussagen, dir fehlt irgendwann, also gerade mit ihm, ich habe keinen Filter, wenn ich mich richtig schlecht fühle. Und auch die Zeilen, die man schreibt, werden ja immer schlimmer. Und auch die Überforderung bei Themen, so direkt zu weinen oder so, das wurde immer mehr. Er hatte mir das schon ein paar Mal so leicht angeboten, ob ich da Hilfe haben möchte und so. Und ja, irgendwann habe ich dieses Angebot angenommen. Ja, da es einfach, wie gesagt, jeden Tag mitgekriegt hat, war es, glaube ich, sehr ersichtlich, dass es doller wurde. Und ich habe auch sehr viel im Studio zwischendurch einfach weggeschlafen, weil ich mich mit der Entscheidung nicht auseinandersetzen konnte. Das war schon auch, glaube ich, zwischendurch besonders erregend. Und dann, als du es in Anspruch genommen hast, wie lief das dann weiter? Ich will nichts zu Schlechtes darüber sagen, weil es mir definitiv letztes Jahr meinen Arsch gerettet hat. Ich glaube aber, dass es irgendwo da draußen noch einen tauglicheren Platz für mich gibt. So oder so, selbst eine nicht ganz passende Therapie ist, glaube ich, also es gibt natürlich auch Therapien, die ganz schlecht sein können, wenn dir jemand abspricht, was ist oder so. Also das möchte ich auf jeden Fall, da möchte ich niemandem einreden, dass das trotzdem gut ist. Aber auch das, obwohl es vielleicht nicht der 100-Prozent-Match war zwischen der Person und mir, auch das war für mich letztes Jahr hilfreich, das alles auszusprechen. Was ich schon ein bisschen darf durch Musik, vielleicht mal lustig verpackt oder einfach komplett dunkel einfach die Sachen schreiben. Aber dass es so wirklich einen Mensch gab, mit dem ich das so ehrlich besprochen habe, was du ja einfach in deinem Umfeld nicht machst, also höchstens ich noch mit meinem Papa, aber sonst würde ich keine meiner Freunde das zumuten, da 100 Prozent ehrlich zu sein. Und dass es diesen einen Menschen gibt, dem ich das so sagen durfte oder darf, das war schon letztes Jahr sehr, sehr wichtig, on the way out. Und auch über bestimmte Therapiemöglichkeiten zu sprechen überhaupt, über die du ja gar nicht nachdenken kannst, wenn du keinen Therapieplatz hast. Das hat einfach mir letztes Jahr sehr, sehr geholfen, ja. Daraus oder auch darüber hinaus irgendwelche Methoden mittlerweile mitgenommen, ist ja noch nicht so lange her eigentlich alles. Aber hast du irgendwas mitgenommen, wo du sagst, okay, das hat dir geholfen, auch eben um dich nicht mehr zu überarbeiten, dass es dir einigermaßen besser geht? Most Klischee-Ding werde ich jetzt sagen. Drüber reden. Also vor allem in meinem nächsten Umfeld. Auf Tour ging es mir wahnsinnig schlecht. Und wir sind ja zu sechs oder siebt, je nachdem, gewesen. Und alle wussten das. Und ich habe es allen auch ehrlich gesagt. Ich habe vor niemandem von diesen Leuten so getan, als würde es mir besser gehen, als es mir geht. Ich habe komplett ungeschönt, wenn irgendwie gerade was war, das gesagt. Ich durfte weinen wann ich wollte. Ich durfte überfordert sein wann ich wollte. Mir wurden Wege da raus als Optionen vorgeschlagen. Das hat mir extrem geholfen. Und ich glaube auch, dass diese Menschen, die auch immer noch Teil meines Teams sind, auch in Zukunft immer für mich da sein werden. Beziehungsweise war es voll das schöne Learning zu wissen, dass diese Leute zuhören und auch dann handeln würden, wenn ich es gerade nicht kann. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass nach dieser Phase mein Team ein sehr sweetes Bewusstsein dafür hat und mich manchmal fragt, wie es mir geht, wenn ich es noch nicht weiß. Gerade meine Managerin. So jetzt in Bezug auf diese ganzen Sachen, die jetzt die nächsten drei Monate anstehen, hat sie mich auch jetzt schon mal gefragt, ob wir uns nicht jetzt schon mal Hilfe dafür holen wollen, bevor es zu spät ist oder so. Also ich habe das Gefühl, dass mein Umfeld da ein sehr, sehr warmes ist, was mich potenziell mehr schützen könnte als ich. Vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt, wie es überhaupt quasi so weit gekommen ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja vor allem die Tour, wo es ja so richtig schlecht ging, auch kurz vorher. Und du hast mal irgendwo gesagt, dass du, ich glaube sogar gesagt, du wärst lieber gestorben hast, statt irgendwie eine Show abzusagen. Ja. Und klar, ich verstehe natürlich, was für eine Verantwortung auch mit deinem hergeht. Gerade in deiner Arbeit, weil es ja nicht nur dich betrifft, sondern so viele Menschen mit so vielen Hoffnungen und Geld, was ausgegeben wurde und all sowas. Hast du irgendwie eine Erklärung, warum dich das so extrem trifft? Meinst du jetzt extrem trifft, dass ich das nicht abgesagt hätte? Genau. Einfach, weil ich die allergrößte Dankbarkeit habe, dass ich das machen darf. Und ich wünschte, ich hätte nicht diese Phasen. Weil ich wünschte, ich könnte einfach nur dankbar sein und meinen Job auch machen und den Leuten das zurückgeben, was sie mir auch ermöglichen. Weil es ist ja ein Miteinander, HörerInnen und die Person auf der Bühne, die Leute würden mich nicht hören, wenn ich keine Musik mache. Ich könnte aber auch nicht auf dieser Bühne stehen, wenn es nicht diese Menschen gäbe. Und ich habe schon ein wahnsinniges Bedürfnis, dafür auch Dankbarkeit zu zeigen und dafür auch meine bestmögliche Show abzugeben. Ich weiß auch zum Beispiel, Tickets sind einfach arschteuer. Und es wird immer teurer, weil was viele nicht einschätzen können, ist die Kosten auf KünstlerInnen sind, die dahinter stehen und so. Aber deswegen weiß ich schon, dass es für viele auch eine wirkliche Finanzentscheidung war, sich dazu zu entscheiden, an dem Tag da zu sein. Und dann natürlich auch emotionale Hoffnung, so wie bei mir und Fred again, so an den Armen stehen. Und dann war es ja auch meine erste Tour und direkt beim ersten Mal abzubrechen und Leute zu enttäuschen, die mir die Möglichkeit geben, das zu machen. Ich hätte es nicht gepackt. Plus, ich glaube, ich habe eh ein Problem damit abzubrechen. Ich bin besser darin geworden, Dinge doch noch über mein Ego hinaus abzubrechen, wenn es sein muss. Aber das ist schon etwas, was mir sehr schwer fällt, sich so einzugestehen, man hat etwas nicht geschafft. Und deswegen, also gerade, weil es nicht nur mein Ego war oder mein, ich möchte das schaffen, sondern auch, ich möchte den Leuten das zurückgeben, was sie sich auch jetzt erwarten. Und ich kann nicht jedem Einzelnen erklären, wie es mir geht. So, deswegen möchte ich einfach, dass diese Leute hier heute glücklich rausgehen. Und das ist mein Job jetzt heute. Hätte ich unter gar keinen Umständen abgebrochen. Mir wurde diese Option gegeben, nach der zweiten Woche, nee, in der zweiten Woche. Und ich glaube, dass, als mir das jemand gesagt hat, dass wir das auch abbrechen können und dass niemand möchte, dass es mir, also dass ich am Ende nicht mehr dastehe. Ich glaube, das zu hören, dass jemand das ernst nimmt und jemand mir sagt, wir können das machen, wir alle stehen hinter dir, keiner ist böse. Das war auch richtig wichtig für mich. Wie gesagt, ich hätte es trotzdem nie abgebrochen. Aber zu wissen, dass potenziell sogar diese anderen die Reißleine gezogen hätten, ja, das war, glaube ich, gut. Aber ja, ich bin auch froh, dass ich es zu Ende spielen konnte. Aber deswegen musste ich in Berlin bei der letzten Show auch weinen, weil ich so, obwohl es ja nur vier Wochen sind so, aber ich zwischendurch nicht dachte, dass ich noch Abschluss im Huxleys mitkriege. Und dann da zu stehen war sehr schön und noch ein Gefühl von Dankbarkeit für auch die Leute, die das mitgetragen haben. Ja. Brauchst du irgendwas? Nee, alles gut. Ich trinke kurz ein bisschen Kaffee und beruhige mich. Brauchst du Powerade? Nee. Brauchst du? Bis danach. Okay. Sag Bescheid, wenn du Powerade bist. Ja, ist ja einfach emotional. Es ist ja auch in Ordnung. Aber für mich geht mit dieser Zeit voll ein riesiges Gefühl für Dankbarkeit einher. Für Menschen, die mir zugehört haben, weil ich das erste Mal drüber gesprochen habe, richtig. Was ich halt die letzten zehn Jahre nicht habe. Und ja, falls das irgendeiner davon hört, ich war wahnsinnig dankbar. Und auch den HörerInnen, die gemerkt haben, dass es mir so ging. Und da kamen auch nette Nachrichten deswegen. Ja. Was haben die geschrieben? Warum haben die das gemerkt? Bei der ersten Show in Wien hatte ich das Gefühl, ich muss ehrlich sein, weil ich hatte das Gefühl schon, ich konnte es nicht tragen. Mhm. Und dann habe ich da vor Truman Showboot gesagt, dass mir halt die letzten Wochen und Monate sehr schlecht gingen und dass ich mir Hilfe gesucht habe und dass ich, falls es irgendjemanden hier gibt, der so wie ich fühlt oder sich damit identifizieren kann, einem vielleicht eine Motivation sein will, sich an Freunde oder Familie zu wenden, weil ich verstehe, dass man sich oft aus dem Grund, warum man Hilfe braucht, keine Hilfe suchen kann. Aber dass man bitte in seinem Umfeld irgendjemanden suchen soll, der einem da Unterstützung geben kann. Und ich habe das eigentlich aus so einer Not heraus gesagt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann es auch nicht verstecken und ich möchte irgendwie das ansprechen, damit auch Leute nicht oder vielleicht für Patzer oder unsichere Momente oder so verstehen können, wo es herkommt. Und danach bin ich auch noch rausgegangen zum Merchstand und so und haben mir Leute so bewegt, so Sachen erzählt oder sich einfach bedankt auch, dass ich das gesagt habe oder so. Dann habe ich es die ganze Tour und auch letzten Festivalsommer immer mir angewöhnt zu sagen. Und daraufhin kamen halt von manchen Leuten sehr, sehr bewegende Nachrichten und auch eine, einige Nachrichten in Richtung so, niemand ist böse, wenn du was nicht rausbringst oder so. So take your time und allein das zu lesen zwischendurch ist sehr schön. Es gab auch manche übergriffige Kommentare, die meinten, sie könnten besser einschätzen, wann ich Pause brauche und wann nicht. Das feiern wir gar nicht. Aber so ein Grundverständnis aus der Hörerschaft zu spüren war sehr, sehr schön. Ein Thema, über das ich eigentlich auch reden wollte und du hast, glaube ich, schon ganz gut damit einhergeht, ist schon auch, woher das kommt. Also klar, das ist super wichtig, finde ich auch, obviously drüber zu reden. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es bei dir schon nochmal extremer ist, dieses man will niemanden enttäuschen und damit einhergehend auch dieses People Pleasing. Und lustigerweise gab es auch mal so ein Interview von dir, glaube ich, bei Das Ding. Und einer der Top-Comments ist tatsächlich, bitte, bitte, bitte eine Folge, danke, gut mit Miriam Paula über People Pleasing. Das war so mein erstes Interview und das habe ich direkt gelesen. Seitdem möchte ich auch herkommen, aber ich habe es mich einfach nicht getraut. I get it. Ich weiß auch nicht, ob das mein erstes Interview wäre, was ich machen würde. Wahrscheinlich nicht. Genau, also erstmal, bevor sowohl die Kommentare als auch ich dir irgendwas unterstellen, würdest du dich überhaupt als People Pleaser bezeichnen oder denkst du, du hast da so ein bisschen Erfahrungen oder Probleme damit? Das ist auf jeden Fall ein Wort, mit dem ich mich lange sehr, sehr, sehr identifizieren konnte. Ich habe das Gefühl, dass mein Job mir das ein bisschen abgezwungen hat, weil du sehr schnell lernst, also bis dahin konnte ich mit jedem Aufwand machen, den man nur machen kann, um niemanden zu enttäuschen, auch relativ gut niemanden enttäuschen. Also gerade in meinem Umfeld, also selbst wenn eine Person so wirklich über jeder meiner Grenzen geht, habe ich das mitgemacht, aber dann war auch okay. Also da konnte ich mich halt verbiegen und alles machen und irgendwie das Hinschäffeln so, aber das merkt man ganz schnell, dass das als Musiker in mich geht. Dass es aus Prinzip Leute gibt, die dich scheiße finden, dass es aus Prinzip Leute gibt, also jetzt mal unabhängig von Musik so, das ist eh jedem frei, ob man eine bestimmte Musikrichtung oder Text mag oder nicht, das ist eh nochmal ganz was anderes. Aber das ist auch, dass du in der Öffentlichkeit auch einfach als Projektionsfigur für Dinge dienst und das für jeden anders ist. Die einen sehen in mir eine total zerbrechliche kleine Figur, die ganz unschuldig ist, andere sehen in mir das pure Böse oder auch gesellschaftlich stehe ich für andere Leute für verschiedene Dinge. Und ich habe mittlerweile gelernt, das hinzunehmen und das in Ordnung zu finden, dass es so ist. Aber es war voll der Prozess, weil am Anfang hast du total das Bedürfnis, so Menschen Sachen zu erklären. Es gibt Kommentare und Projektionen, wo ich so bin, fair, du kannst das so fühlen oder denken. Da habe ich nicht das Bedürfnis, das umzustimmen, aber es gibt so manche Kommentare, wo ich so bin, wenn du wirklich ein Gespräch mit mir darüber führen würdest, bin ich mir sehr sicher, dass du das nicht kommentiert hättest. Und dann hat man schon auch sehr doll das Bedürfnis, dieses Gespräch zu führen, aber das ist ja völlig unmöglich. Und am Ende gewinne ich auch nichts außer verschenkte Zeit, um irgendjemanden davon zu überzeugen, dass ich ein besserer Mensch bin, als mir unterstellt wird. Und wozu sollte ich das tun? Deswegen habe ich sehr gelernt, mich auf mein privates Umfeld zu konzentrieren, auf die Menschen, die ich wirklich schätze, auf deren Meinung ich was gebe. Ich glaube, bei denen muss ich kein People Pleaser sein. Deswegen bin ich es auch weniger. Ich glaube schon, dass eine bestimmte Art von Mensch in meinem Umfeld mich auch nochmal zum People Pleaser machen könnte, sehr doll. Aber diese Menschen habe ich einfach gerade nicht um mich, was schön ist. Und nach außen muss ich es ein bisschen abdrehen. Ich habe trotzdem, wenn ich das Gefühl habe, dass mich zu Unrecht oder so jemand ich mag und ich das Gefühl hätte, ich könnte die Person noch von anderen überzeugen oder so, habe ich das schon. Aber ich kann es schon deutlich besser hinnehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass People Pleasing auch fast eine eklige Eigenschaft ist. Ich mag das, also ich bin das eigentlich nicht gerne, weil das so auch damit einhergeht, dass man möchte auch, dass jeder einen mag oder man auch den Anspruch hätte, dass man so ein cooler Mensch ist, dass eigentlich jeder einen mögen müsste oder so. Und das Gefühl habe ich eigentlich gar nicht. Deswegen weiß ich nicht so doll, warum ich dieses Gehen trage. Aber ich glaube einfach wahnsinnig schlecht so, dass andere aushalten kann, wenn ich direkt damit konfrontiert bin. Ja. Aber ja, es wird sehr viel besser. Und jetzt gerade so die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, war das nicht mehr mein Hauptding, sondern mehr dann noch eigene Ansprüche oder eigene Enttäuschungen, die man nicht nach außen tragen will. So und wo mein Wertekompass ist und dass ich da niemanden enttäuschen möchte, auf was ich auch so finde, wonach ich handeln sollte. Sowas wie die Tour zum Beispiel. Das ist auch schon sehr doll einfach mein Anspruch, das zu Ende zu machen. Aber ja, irgendwo in mir wütet dieses Gehen bestimmt noch. Mhm. Aber was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich auch das, was... Also ich bin auch der größte Hardcopy-Bubbie auf dieser Welt. Ich glaube, ich habe auch kurz vorher überlegt, so was gibt es für Beispiele. Und dann sind mir tausende eingefallen, dann ging es mir so schlecht wieder bei dem Gedanken. Also das ist wirklich übel geworden. Ich glaube, ein perfektes Beispiel ist, ich habe glaube ich schon für zehn Leute oder so einen Therapieplatz gefunden, die mir teilweise nicht mal nachstehen. Und für mich selber bis heute nicht. Also ich finde, das ist wirklich so Madness. Wie schafft man es denn, diese Energie aufzuwenden für Wildfremde, aber für sich selber nicht? Voll. Und was mir sehr geholfen hat, ist eben, wie du eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt hast, das People Pleasing. Man versteckt sich auch ein bisschen dahinter, dass man denkt, an sich ist es ja was Nettes. Man tut ja niemandem wirklich was damit. Und ich habe auch so dieses Ding jetzt auch nicht, dass ich denke, boah, ich bin cool, alle müssen mich cool finden. Sondern eher dieses, ich tue ja keinem was. Warum mögen mich manche nicht? Toll. Und dass ich eben auch gecheckt habe, dass es eigentlich voll feige ist, ein People Pleaser zu sein. Weil man schon unterbewusst, egal wie sehr man es reflektiert, einfach nicht mit den Konsequenzen des nicht gemochtwerdens umgehen kann. Und dass die Absichten dahinter, hinter der netten Geste zwar schon irgendwo auch nett gemeint sein können und vielleicht einen guten Effekt haben auf Leute, aber dass man damit weder mit anderen noch mit sich selbst 100 Prozent ehrlich ist. Und das klang so eklig in dem Moment und ich dachte so, boah, ich will das eigentlich nicht sein. Ich will so nicht irgendwie weitermachen. Und seitdem klappt das für mich eigentlich auch deutlich besser, weil ich einfach gemerkt habe, aus was für Ängsten und auch vielleicht ein bisschen Egoismus das Ganze entstehen kann. Ja, und dass halt eben auch so dieses Überempathische, dass es nicht immer was supergeiles sein muss. Absolut nicht. Ja. Und dass man das eben auch nicht verwechseln kann mit sich komplett verantwortlich fühlen für die Gefühle anderer, vor allem für die Gefühle anderer einem selbst gegenüber, was schon wieder so ein bisschen egoistisch ist, dass es halt keine Empathie ist. Empathie ist halt mit Gefühl für andere und das muss jetzt nicht über alle Grenzen gehen und das habe ich auch erst richtig spät gecheckt. War das richtig spannend. Und ich wollte dich auch gerade zurückfragen, ob du dich für, also ob du ein People Pleaser bist. Ja, voll. Also hardcore. That's the deal. Ja. Das ist auch so weird, ne? Also ich glaube tatsächlich, dieser Podcast, der hat das nochmal erstmal im ersten Effekt verschlimmert. auch, weil, also klar, das kommt ja aus mir heraus. Ich würde behaupten, mich interessiert es, wie es anderen geht und ich höre gut zu und so. Aber das wird natürlich jetzt auch ganz oft dann verwechselt, ne? Also ich bin schon jetzt ein bisschen die Danke-gut-Lady überall. Es gibt ja eh so Menschen, die ziehen das irgendwie an und bei mir ist das seitdem so hardcore, dass Leute einfach so Trauma dumpen und mir alles erzählen, ohne dass danach gefragt wurde. Ich meine, hier frage ich ja offensichtlich, weil ich es wissen will. Aber so im Privatleben oder, also auch auf Partys, ne? Wie oft passiert mir das, dass ich einfach nur saufen will und dann kommen irgendwelche Leute und erzählen mir irgendwelche traumatischen Geschichten. Und das ist auf jeden Fall auch so ein riesen People Pleaser-Ding von mir, wo ich auch denke, so boah, warum kann ich in dem Moment nicht einfach die Person auch einfach ablehnen und sagen, so ey, sorry, es ist gerade Samstag drei Uhr nachts. Ich will das gerade nicht hören. Ja, und es kommt natürlich auch aus diesem tiefen Impuls heraus, dass man nicht will, dass irgendeiner einen hasst. Und ich bin mir sicher, also ich weiß auch, was es für tiefere Ursachen hat. Ich glaube, das ist auch so ein Migrationsding teilweise auch, ne? So dieses so, ja nicht auffallen, alle müssen einen akzeptieren und so. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ja, ich bin ein hardcore People Pleaser. Aber hast du für dich selber da irgendwie so Erklärung? Weil in deiner Biografie gab es ja teilweise auch eben durch deinen Job meintest du ja auch mal, dass du das Gefühl hattest, dass gerade so andere Kinder dich ein bisschen weird finden und einfach dieses Schauspielern die ganze Zeit unterwegs sein, das ist jetzt nicht das normale Leben von so einem Kind. Über Normalität haben wir ja auch schon viel geredet. Hast du das Gefühl, es kommt vielleicht daher auch bei dir? Also zu dem Schauspiel-Ding, ich glaube, das hat gar nicht so viel Zeit weggenommen, also im Sinne von, dass ich dauernd unterwegs war. Es war einfach das, dass das überhaupt gab, war ein Problem. Und ja, ich habe voll das Problem, das so auszusprechen und zu sagen, ich glaube, ich war ein bisschen, zumindest in dem Umfeld, in dem ich war, ein bisschen anders als die anderen Kinder. Und habe immer irgendwie dazugehört, aber immer auch nicht. Also so streckenweise sehr viel Ausgrenzung und dann streckenweise total dabei und so. Und ich glaube, dass, und ich bin Einzelkind und ich glaube, dass das so eine Kombi ist, die einen so sehr, also ich habe überhaupt kein Urvertrauen, dass jemand mich, also jemand einfach bei meiner Seite bleibt, wenn ich einfach mit denen bin und befreundet bin und ich so akzeptiert werde, auch bei Fehlern oder so. Ich glaube, dass mir dieses Vertrauen durch zum einen These, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass halt vielleicht mehr Einzelkinder das grundsätzlich haben, weil man das nicht kennt von Gleichaltrigen, dass die einfach da bleiben. Und zum anderen aber auch durch so Erfahrungen früh mit Ausgrenzung, ich würde mich nicht darüber definieren unbedingt, aber ich glaube schon, dass das auch einen Drang zurück auslöst, halt eben doch angenommen zu werden und für seine auch gesehen zu werden, wenn man sich ja vielleicht wirklich nicht als schlechten Mensch hält und dass das da noch herkommt, dass man gesehen werden möchte. Und irgendwann, finde ich, haben sich auch eher so Coolnessfaktoren weggemerzt und dafür hat dann gezählt, ob du ein cooler Mensch, also ob du ein guter Mensch bist so. Und dass ich das auch immer sein wollte, dass es daher noch kommt, mit dann eben diesem bisschen egoistischen nicht aushalten können, nicht gemocht zu werden. Aber auf jeden Fall spielen da kindliche Erfahrungen sicher eine Rolle mit. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Allerdings habe ich das noch nicht aufgearbeitet. Hast du trotzdem auch wie vorhin so diesen traurigen Gefühlen, hast du auch da, weil du meintest, es ist besser geworden, hast du da irgendwelche Strategien gehabt, um das irgendwie loszuwerden? Weil du meinst, mittlerweile geht es so, du kannst es aushalten und Nein sagen und so geht viel besser, auch gezwungenermaßen. Weil klar würdest du alles zusagen, dass du wahrscheinlich 24 Stunden am Arbeiten. Ich glaube, es geht nur besser, weil es mir gerade besser geht, also dass ich es besser schaffe, Nein zu sagen und besser gerade die Weitsicht habe, zu sagen, ah, das kann man auch dahin schieben, ich muss das jetzt nicht alles auf einmal machen. Das ist eh etwas, das muss man sich, glaube ich, in diesem Job auch erarbeiten, also das Selbstbewusstsein etwas zu verschieben, weil man am Anfang einfach zu allem Ja sagen muss, weil man denkt, man darf nicht Nein sagen. Das zum einen, aber warum es mir besser ging oder was da für so Mechanismen hinterstehen, keine Ahnung. Ich glaube, wie gesagt, dass drüber sprechen und einen Therapieplatz haben wahnsinnig wichtig war und Urlaub. Ich habe meinen ersten Urlaub nach vier Jahren gemacht da. Wirklich, yay. Das war Baba. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, weil ich glaube, man lernt sehr schnell, wie sehr man Urlaub nicht braucht. Und dann auf Strecke lernen und eben, dass es vielleicht doch gut ist. Und das heißt nicht, dass man crazy wegfahren muss, wild reisen oder irgendein Spa-Treatment oder so. Das kann auch einfach sein, wirklich Handy auszumachen. Aber sich irgendeine Form von Auszeit zu geben, ist schon krass wichtig. Das habe ich sehr vernachlässigt, aber letztes Jahr für mich doll gemerkt, dass ich mir das aufzwingen muss. Und auch, ich will nicht Selfcare richtig sagen, aber einfach in Voraussicht, um Dinge zu verhindern, dass Prävention, selbst wenn man nur auf Effizienz denkt, ist es schlau, diese Pausen einzubauen. Und ja, auch einfach schön. Deswegen, das wäre etwas, was ich mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob es mich langfristig vor irgendwas Schlimmerem rettet, aber ich fühle mich so, als wäre das auf jeden Fall ein Learning daraus. Und vielleicht ein bisschen mehr so Tageslicht und so Rhythmus. Ja. Ja, Tageslicht. Sehr, sehr wichtige Sache. Das sind alles so Basics-Sachen, aber sie stimmen halt einfach auch. Ja. Bisschen Bewegung, bisschen Tageslicht. Kann vielleicht niemanden von einer schlimmen Episode retten, aber es kann schon Dinge abfedern. Das musste ich ein bisschen einsehen. Du meintest ja auch, dass du ja teilweise auch nach so crazy Lösungen gesucht hast und ich bin auf jeden Fall auch die Tendenz so, ich suche mir echt keine Ahnung, ich google dann drei Tage über irgendwelche Microdosing-Psychedelika, ob das hilft, aber habe halt nicht gegessen seit so einem Tag. Und denke mir auch so, Mann, Alter, es sind halt manchmal die Basics und nicht diese super fancy Sachen. Also klar, außer man ist in einer sehr, sehr schweren Episode, da hilft meistens dann gar nichts, aber bei diesen überwindbaren Situationen ist es oft so basic manchmal und man übersieht das schnell. Voll, weil es ist ja auch genau der Part, den man halt nicht schafft. Ja. Und dann sucht man Antworten in allem Möglichen. So was Einfaches wie drüber reden kann ja nicht die Lösung sein. Eben. So, cool. Das ist auf jeden Fall, und das ist wirklich heute 14, ich habe jede Richtung recherchiert, oder was heißt recherchiert, mich in alle möglichen Welten getraut. Aber ich glaube doch, dieser Grundbaukasten von normal essen, normal rausgehen, vielleicht so halbwegs den Tagesrhythmus auch daran anpassen, wann Tag ist und wann Nacht, normal Menschen sehen, normal bewegen, dass sowas schon zumindest das Grundfundament ein bisschen sicherer baut, als wenn man auf diese ganzen Basic-Faktoren scheißt. Ich fühle mich outgecallt, aber ja. Ich call mich hier selber out, aber weil ich auch glaube, dass voll viele das auch so gar nicht sehen und sie denken, ja, aber mein Problem ist, also das wird es nicht lösen und das wird auch nicht das Problem lösen, aber diesen Faktoren ein bisschen mehr Liebe zu geben und so das für sich selbst einzusehen. Ja, voll. Alles, was man gelernt hat, auch über Jahre an Mechanismen. Und es wird schon schwierig, weil es sind ja so komplexe Gedanken und Gefühle. Man kann ja gar nicht glauben, dass es eine einfache Antwort drauf gibt. Aber was ich ja seit Jahren immer wieder propagiere hier, ist ja das Sims-Beispiel, kennst du das? Oder hast du Sims gespielt früher? Ich habe Sims nicht gespielt. Ich meine, dass ich auf jeden Fall schon eine Folge damit gehört habe. Genau, ich sage das einfach jedes Mal. Aber ich glaube, dass ich es vielleicht, oder verdränge oder mich ganz genau daran erinnere, weil ich wirklich die Sims gespielt habe. Okay. Ich glaube, für Ex- oder weiterhin Sims-Spieler ist das sehr hilfreich, aber vielleicht hilft es ja auch. Also bei mir, und wie gesagt, das klappt auch nur in 30 Prozent. Das hast du auch in der Nisi-Folge gesagt. Kann sein. Aber ich werde es einfach jedes Mal wiederholen, bis alle dieses blödes Sims-Beispiel machen. Und du auch, Paula. Bitte. Genau, aber du weißt ja ungefähr, wie das Spiel läuft. Du steilst das Leben von Menschen und da gibt es so einen Balken mit Essen, Trinken, Harndrang, Schlaf, soziales Leben, Spaß. Was ich wichtig finde, eben auch so dieses Spaß und auch soziales Leben, dass es auch eine Rolle spielt. Nicht nur so die Hardcore-Basics. Du musst ja, wenn du diesen Menschen da irgendwie regelst, musst du ja irgendwie darauf achten, dass er das alles macht am Tag. Und man merkt auch, wie anstrengend das ist, weil man sieht immer, der ganze Tag bei Sims vergeht eigentlich fast schon, geht nur darauf, dass er halt arbeitet. Diese Balken zu füllen. Wie bitte? Diese Balken zu füllen. Genau. So der Arbeit und dann füllst du diese Balken. Und ich finde das auch irgendwie so sehr realistisch, weil die meisten Menschen haben echt den ganzen Tag einfach zu tun, um sich irgendwie selbst zu halten. Das ist super schwierig. Also ich check das voll. Aber genau, du musst diese Balken zumindest irgendwie im orangenen Bereich halten, damit die nicht sich einpissen oder traurig werden und durchdrehen und machen, was sie wollen. Und ich weiß nicht warum, aber mir hilft dieses simple Beispiel schon, mich daran zu erinnern, dass ich erstmal so diese Basics abhake und dann halt in mich reingehe und gucke, okay, was fehlt jetzt immer noch und warum geht es mir immer noch kacke. Und natürlich hat das meistens irgendwelche tieferen Gründe und Traumata und so weiter. Aber um so klar zu kommen, hilft halt schon dieses so, diese Balken aufzufüllen. Deswegen, ich habe das tatsächlich irgendwo mal abgespeichert auf meinem Handy mit diesen Balken. Guck da immer wieder so drauf und bin so, let's go Sim. Geh in deinen Kühlschrank und mach dir jetzt einen. Was essen Sims immer? Toast essen die, glaube ich, ganz viel. Gartensalat, ich weiß gar nicht mehr, was alles für Sachen gab. Ja, merkst du dir. Hilft voll, weil man sich selber wahrscheinlich ein bisschen abstrahiert und so denkt, naja, jetzt zählen halt nicht meine Gefühle oder ich muss mich jetzt nicht tiefergreifend damit auseinandersetzen, ob ich jetzt Lust habe, irgendwas zu machen oder so, sondern einfach jetzt kurz mal stumpfend die Balken füllen. Oh Mann, sorry an alle, die das jetzt zum, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir hatten. Ich nehme die Schuld auf mich, weil ich nachgebracht habe. Ich bin 40, 50 Folgen erzähle ich, das tut mir so leid, fühle mich echt wie so eine Oma, die so die ganze Zeit die Storys von früher erzählt, aber... Aber du tust eine wichtige Aufgabe und hilfst deinen Gästen. Darum geht's. Ich helfe EA, ihre Umsätze zu steigern. Ich überlege gerade mit Blick auf die Zeit, weil ich will irgendwie nicht immer so Themen anreißen und dann die Leute so damit gehen lassen, aber wäre es für dich okay, wenn wir noch das ansteigen, so das Thema Essen? Mhm. Okay, das geht ja, glaube ich, auch so ein bisschen mittlerweile einher, auch mit eben deinem Job und deiner öffentlichen Person, weil ich kann mir vorstellen, dass so dieses Körperbild und wie man gesehen wird, ja, dass so viele Leute drauf schauen und dass man ja auch von klein auf irgendwie auf einer Kamera stand, dass es schon nochmal was anderes macht mit einem on top zu dem, was man vielleicht eh für Schwierigkeiten damit hätte. Würdest du denn sagen, dass das bei dir so zutrifft, dieses ständig irgendwie von klein auf gesehen werden von anderen, dass es dein eigenes Körperbild beeinflusst hat? Ich habe es früher nicht so wahrgenommen. Also ich habe, als ich dann Probleme hatte, hatte ich schon das Gefühl, dass ich mich deutlich unwohler vor einer Kamera fühle. Aber ich glaube auch immer noch nicht, dass das der Auslöser war. Momentan habe ich schon das Gefühl, wenn man viel fotografiert wird, dauernd Videos von einem irgendwo auftauchen und man eh schon mal so eine kleine Klatsche damit hatte. Also jeder Mensch, den du dauernd filmst, wird irgendwann ungünstige Aufnahmen produzieren. Wenn du diese Aufnahmen allerdings dauernd auf TikTok siehst, kann das manchmal einfach nerven. Ich habe schon das Gefühl, dass das Dinge begünstigt. Ich habe allerdings, also man muss dazu sagen, ich habe sehr viel gestruggelt von so 13 bis 18 und fühle mich seitdem sehr, also so das Essensthema an sich für mich cool ist. Aber ich muss auch sagen, ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich wieder zunehme, dass ich schon froh bin, dass ich mich gerade auch wohlfühle in meinem Körper, weil ich nicht weiß, wie es mich dann halt hitten würde. Weil wenn ich jetzt Aufnahmen sehe, denke ich, okay, das ist einfach eine ehrliche Aufnahme, wenn du jemanden von unten filmst, sieht das so aus, fertig. Aber wenn ich jetzt nochmal so struggeln würde wie mit 15, weiß ich nicht, ob das mein Essverhalten wieder deutlich ankurbeln würde, abzunehmen oder so. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das bei anderen Leuten, die diesen Job teilen, auch beobachte. Also, dass das einfach, wenn du dauernd damit konfrontiert wirst, dich zu sehen, ist ja so, als hättest du keinen Spiegel in der Wohnung oder du hast drei Spiegel. Also, wenn du dich nicht siehst, siehst du dich halt nicht. Aber wenn du dich die ganze Zeit irgendwo siehst, dass das schon das nochmal mehr begünstigt. Ich will nicht sagen, dass es mich nie wieder hittet, weil keine Ahnung, ob irgendwas nochmal passiert und ich mich nochmal so out of my body fühle und mich das nochmal erwischt. Aber ich weiß, hätte ich das früher gemacht, wäre es härter gewesen. Auch bei Filmen, die ich gedreht habe, muss ich ja nicht gucken. Ich fühle mich dann unwohl, aber ich muss mir danach nicht angucken. Wenn du aber unfreiwilligst du die ganze Zeit auf deine For You Page gespielt kriegst oder auch Leuten, die dich markieren, antworten willst oder so, dann siehst du das immer. Und ich glaube, das hätte mir mit 15 echt nochmal so einen netten Schubser gegeben. Weißt du, was denn der Hauptauslöser war damals? Du meinst, mit 13 hat das angefangen? So 13, 14. Und ich habe so einige Phasen durch. Also, habe mich mal ausprobiert. Erst halt nichts gegessen, dann wirklich religiös, nur gesund. Das war eine Weile. Und dann habe ich super schnell das Kotzen für mich entdeckt. Und das war der längste Struggle so. Vor allem, weil es gar nichts gebracht hat. Ich habe nur zugenommen. Ich habe fanatisch Sport gemacht. Ich habe ein halbes Jahr lang nichts gemacht, wenn ich morgens nicht fünf Kilometer laufen war und die ganze Zeit nur zugenommen. Mich unwohl gefühlt. Also, 15 und lernen, man wird gerade irgendwie mehr weiblich und so, keine Ahnung. Und dann zunehmen in einer Zeit, wo dann auch Liebe, whatever, so eine Erfahrung ist, ist auf jeden Fall schon eine fragile Zeit, um sich sehr unwohl zu fühlen. Und auch, ja, zu lernen, mit anderen Mädchen verglichen zu werden und all sowas. Also, es war sehr frustrierend, dass alles, was ich gemacht habe, obwohl es mein einziges so Dauerthema war, egal was ich gemacht habe, nichts auf der Welt konnte mich so vier Jahre lang so doll ablenken, dass ich länger als eine halbe Stunde nicht über Essen nachgedacht habe. Nichts. Gar nichts. Das ist so krass. Und ich dachte auch, das hört nie auf. Ich habe einmal geweint und gesagt, also, als mein Vater zu mir ins Zimmer kam, habe ich geweint und gesagt, dass ich das einfach, also so, ich kann mir nicht vorstellen, so zu leben, so für immer irgendwie mit 35 immer noch nur an Essen zu denken, so. Und egal, ob ich esse oder nicht, dass es so das einzige Thema wäre. Und ich bin so froh, ich hätte, also, was ich früher dachte, ist, dass ich das Gewicht irgendwann in den Griff kriege. Also, dass ich Herr meiner Lage bin oder Frau meiner Lage so und weiß, wenn du Sport machst, passiert das und so. Und dass ich nämlich nicht das Gefühl habe, äußere Faktoren entscheiden. Aber was ich nicht dachte, was geht, ist dieser Kopf-Chaos so oder dass das das bestimmt. Witzigerweise war das das, was zuerst weg war. Eigentlich ziemlich genau mit dem Tag, an dem ich ausgezogen bin und so meine eigene Wohnung hatte und Schule vorbei war. Keine Ahnung, was das über mich aussagt. Und ab dann wurde es so jeden Monat leichter und jeden Monat gesünder. Nach so anderthalb Jahren hatte ich wieder ein Gefühl für Appetit. Also Appetit hatte ich immer mal so Hunger richtig, also das einzuschätzen, wann ich auch genug gegessen habe, wann ich aber auch was essen möchte oder muss. Das hatte ich komplett abtrainiert. Und ich weiß auch, dass ich auch immer noch super darauf verzichten könnte, wenn es sein muss. Aber sodass ich so einen natürlichen Drang wieder aufgebaut habe, das kam nach anderthalb Jahren wieder. Und dann irgendwann auch eine Appreciation für gutes Essen. Was ich mir da früher für Schrott reingefahren habe, lieber so eine Packung von diesen Maischips oder wie auch immer das heißt, die halt so fluffig sind und irgendwie gefühlt minus null Kalorien haben. Das war eine super logische Aussage, gerade war eine Angabe. Aber so gefühlt minus Kalorien haben und du den ganzen Tag essen kannst, aber das schmeckt nach nichts. Das ist einfach nur Schrott. Du isst einfach nur. Und dass ich einfach mittlerweile gutes Essen und gute Sachen zu schätzen weiß. Und ich habe vier Jahre lang keine Nudeln gegessen. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht wieder geworden. Und dann auch gute Nudeln. Na, guten Pastasauce oder so. Und so. Ja, einfach, dass ich das wieder zelebrieren kann. Ich glaube, so Restklatschen bleiben. Bei mir zum Beispiel, dass ich, ich esse nicht gerne, wenn es sich nicht lohnt. Also so, das ist eine weirde Aussage, aber ich meine mit. Wie meinst du das? Ich möchte das zelebrieren. Also ich esse nicht gerne, während ich laufe oder so. Ich möchte mich dann schon hinsetzen und kurz was essen. Aber eigentlich ist es ja was Gesundes. Voll. Ich finde das auch nicht schlimm, dass das, also wenn das das ist, was übrig bleibt, komme ich sehr gut damit klar. Genau, also das meine ich mehr so. Ich esse auch nicht gerne Sachen, die ich nicht gut finde. Wenn ich weiß, irgendwo gäbe es jetzt eine gute Portion Pasta von jemandem, der das auch gut kann, dann würde ich ungern jetzt was nehmen, wo ich weiß, das ist so ein bisschen Trash oder es schmeckt einfach nicht so lecker und man zelebriert das dann nicht so. Das ist so das, was übrig geblieben ist, womit ich aber sehr, sehr, sehr fein bin. Aber ansonsten bin ich überdankbar, dass das nicht mehr Teil meines Lebens ist. Das klingt, finde ich, eigentlich nach einer eigentlich ganz guten Restklatsche, die du hast, weil zum Beispiel Mia Morgen war auch mal hier und die hat auch über ihre Essstörung gesprochen. Die Folge habe ich auch gehört, ja. Sie meint ja, dass sie das so krass drinnen hat, dass sie beispielsweise bei jedem Lebensmittel schon ohne es vorher umzudrehen auf die Zahl weiß, wie viele Kalorien das hat. Und das ist ja schon so eine Restklatsche, die einen auch ein Leben lang irgendwie belastet, wenn man diese Zahlen aber nicht mehr aus seinem Gehirn rauskriegt. Sowas ist bei dir aber nicht der Fall. Da bin ich echt beeindruckt, weil ich habe natürlich auch eine Zeit lang Kalorien getrackt. Hallo, klar. Aber ich weiß es bei vielen Sachen nicht mehr. Und ich esse jetzt auch Sachen, die ich damals nicht gegessen habe, also Sachen, die ich einfach nie eintragen musste oder nie geguckt habe. Und ich habe auch einfach kein Gespür mehr für Mengen. Also wenn ich Nudeln zum Beispiel, ich mache viel an Nudeln fest, weil das war ja was, was ich vier Jahre gar nicht gegessen habe, weil ich dachte, so hochkalorisch und so. Und dann noch die Pastasauce und oh mein Gott, was passiert hier? Und ich habe gar kein Gefühl mehr dafür, wie viele Nudeln das sind. Und um ehrlich zu sein, ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch für irgendeine Kalorienangabe davon was wüsste. Aber ich glaube, für Nudeln wüsste ich gar nichts. Aber ja, ich weiß noch, dass ich in der ersten Zeit manchmal an so Tagen, wo man super viel gegessen hat, so grob überschlagen habe. Aber weil ich es nicht genau wusste, war es auch immer nur so grob schätzen. Aber mir hat richtig geholfen, so festzustellen oder zu lernen, dass es auch Tage geben kann, an denen man krass viel isst. Und man muss dann nicht am nächsten Tag hungern oder so, sondern das pendelt sich ganz normal ein. Wenn man normal durchs Leben geht, ist ein Tag viel essen, heißt nicht, dass man plötzlich wieder 25 Kilo zünimmt, wie ich damals so. Und das ist einfach, also das ist so in einigermaßen kleinen Wellen auch passiert. Und das ist voll in Ordnung. Und das jetzt vier Jahre zu lernen, hat mir auf jeden Fall eine Leichtigkeit beschert, weswegen ich da gar nicht mehr zähle. Weil ich habe das Gefühl, es bringt gar nichts. Was mir viel mehr was im Kopf bringt, ist so zu versuchen, mein Stresslevel low zu halten. Was funny ist, weil ich ja immer ein bisschen Stress habe. Aber so zumindest so Stressfaktoren, die man beeinflussen kann, gerade auf das Thema einfach keinen Platz einzuräumen. Mir hat früher jemand geholfen mit einem Beispiel, der meinte, das hat mir früher gar nicht geholfen, aber so in den Endphasen voll, dass ich mir vorstellen soll, dass ich so viele kleine Äffchen in meinem Kopf habe. Und dann gibt es halt einen. Ich habe nur dieses Äffchen, was so dieses Ding in der Mitte zusammengeschickt. Ich habe ganz viele. Dass dieser eine halt, der braucht nichts, aber der schubst halt alle anderen weg und nimmt halt diesen Platz ein, der sich ums Essen kümmert da und den Bereich und das Problem. Und dass man deshalb bewusst die anderen Äffchen füttern muss, damit sie ihren eigenen Platz wieder nehmen. Und das versuche ich auch weiterhin so beizubehalten, auch bei anderen Sachen, bei denen ich das Gefühl habe, man füttert gerade den falschen Affen im Kopf, sondern eher denen, die einem guttun und die Interessen verfolgen, die man gerne hat. Wie gesagt, in akuten Phasen, glaube ich, hilft es niemandem. Aber es ist vielleicht so in Phasen, wo man das Gefühl hat, man gewinnt gerade dagegen. Einfach Sachen machen, die andere Kopfbereiche füttern, ja. Okay, ich glaube, ich würde es dann, weil das Affenbeispiel so cute war, glaube ich, jetzt dabei beenden. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke dir. Und danke, dass es diesen Podcast gibt. Ja, danke. Sehr schön. Danke dir. Zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung und zwar Cut, das Silvester, das uns verfolgt von meinen Kolleginnen vom BDR. Hier wird auf die Kölner Silvesternacht 2015 als 600 Frauen Opfer sexueller Straftaten wurden zurückgeblickt. Im Podcast werden die gesellschaftlichen Folgen bis heute in fünf Folgen analysiert. Cut, das Silvester, das uns verfolgt, fällt hier in der ARD Audiothek und überall was Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Hilfsangebote findet ihr auf kosmoradio.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Solltet ihr euch betroffen fühlen, kontaktiert bitte umgehend die Telefonseelsorge online unter telefonseelsorge.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Weitere Informationen gibt es auch auf www.deutsche-depressionshilfe.de